im folgenden video zeige ich euch wie ihr aus zwei pdfs ein pdf mit mehreren seiten macht das ganze möchte ich mit bordmitteln von os 10 lösen und aus dem grunde starte ich mir jetzt mal die vorschau ich habe schon zwei dokumente vorbereitet die dokumente öffne ich mir jetzt beide mal ihr seht hier im ersten dokument habe ich die seite 1 und die seite 2 die haben unterschiedliche farben um das optisch ein bisschen besser darzustellen und ich öffne mir das zweite dokument macht das auch ein bisschen kleiner und zieht das jetzt mal auf die rechte seite hier und habe hier die seite 3 und die seite 4 jetzt möchte ich das ganze zu einem pdf dokument zusammenführen so dass die seite 1 2 3 4 und fortlaufend sind das heißt ich habe hier auf der linken seite mir zunächst mal genau wie auf der rechten die miniaturen eingeblendet wenn ihr nämlich nur auf inhalt geht seht ihr das ganze so und hier mit den miniaturen sehe ich den inhalt des dokuments ich kann jetzt hergehen auf der rechten seite markiere mir hier die seiten und ziehe sie dann einfach rüber in das dokument achtet darauf ihr seht hier links die linie gehe ich weiter runter hüpft die linie nach oben ich muss über der linie sein an der stelle wo ich die beiden seiten einfügen möchte ihr seht auch dass an dem plus zeichen das plus zeichen verschwindet nämlich wenn ich unterhalb der linie bin ich gehe also wieder oberhalb die linie das plus zeichen kommt bei meinem cursor und lasse dann los und nun habe ich ein pdf dokument mit seite 1 seite 2 seite 3 und seite 4 ich mache das mal kleiner ihr seht es ist wirklich ein einziges dokument und was ist wenn ich nur eine seite aus dem dokument einfügen möchte dann nehme ich mir eben diese eine seite und ziehe sie an die stelle wo ich die seite haben möchte das heißt ich kann sie nach seite 1 in dem falle oder vor seite 1 packen oder zwischen seite 3 und seite 4 wenn ich sie jetzt ganz an den dokumenten anfang packen will ziehe ich sie rein ihr seht wieder das plus und ich lasse los habe ich einen fehler gemacht und sage oh das gehört doch zwischen seite 1 und 2 dann nehme ich das und ziehe es einfach an die stelle an der ich es haben möchte und lasse wieder los und ihr seht nun ist die seite da wo sie sein soll gefällt mir das doch nicht und die seite die passt hier nicht weil es ist ja seite 1 seite 2 seite 4 3 und 4 dann klicke ich auf die seite die ich nicht haben möchte drücke die taste cmd und zurück und schon habe ich die seite raus gelöscht das ganze kann ich auch andersrum machen ich möchte jetzt die seite 1 und die seite 3 ich markiere seite 1 einmal halte die cmd taste fest markiere seite 3 und ziehe mir diese beiden seiten jetzt in das andere dokument hier rüber und so habe ich diese seite nach drüben verschoben möchte ich wieder raus haben cmd und zurück taste das ist die über der enter taste und schon sind die seiten wieder draußen ja so einfach kann ich pdf dokumente verwalten seiten hinzufügen seiten löschen oder aus zwei pdf dokumenten ein pdf dokument machen das war es erstmal ich sage vielen dank fürs zuschauen besucht auch meinen kanal dort findet ihr über 180 weitere videos rund ums thema apple mac und os 10 auch die kanalsuche hilft oft weiter einfach ein stichwort eingeben und ihr könnt nach videos suchen bis zum nächsten mal